Kann ich hier nicht der Thali nicht angstreifen, nicht bewegen? Kann ich nicht der irgendwie sagen heilen? Selbst in der Beschusswanderer, Schilde, die kann doch heilen, überheizt die Waffen der Feinden, da da da. Oh man! Ich wollte eigentlich, dass die uns heilt. Da sind zwei Stück noch. Okay, wieder Stummgewehr. Abkühlen. Immer noch nicht down. Jetzt down. Okay, gib nur noch den einen hier. Nein, gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Das heißt, so sind es immer One-Shotter. Immer One-Shotter von den Pennern. Immer sind es One-Shotter von den Pennern. Das gibt es doch nicht. Wieso sind es One-Shotter von den Pennern? Weißt du, mit meinem Stummgewehr brauche ich verfickte 30 Schuss, um einzukillen. Die... Was habe ich für eine Waffe? Was habe ich für eine Waffe? Stummgewehr, dann Pistole, dann Stummgewehr. Hat sich eigentlich gut gemacht. Warte, einmal muss ich nachgucken. Hier, Squad. Ist das hier irgendwo? Weapons Navigation General. Hä? Orders. Ähm. Take cover. Fall nach unten. Ich werde hier schon bekloppt manchmal. Ich kann auch die Tür auch zumachen. Schildboost. Ah, okay. Prezisionsgewehr da. Natürlich sehr gut. Hä? Kann man so daneben schießen? Ah, nee. Betroffen. Äh, Maschinengewehr würde ich schon sagen. Stummgewehr wieder. Nee, nee, nee. Da hinten ist noch so ein kleiner Pisser, der von hinten angreift wie so eine elendige Hau. Man braucht halt ein paar Treffer, bis die down gehen. Oh, ich glaube... Den hat die Wand... Ah, der versteckt sich halt wieder. Ich habe aber auch irgendwie keine Granaten, habe ich das Gefühl. Oh, der kleine Pisser von da hinten greift mich immer an. Ah, nee. Ich habe doch ein Schild! Boah, ich muss mal die wichtigen Sachen von meinem Computer wegbringen, weil ich habe das Gefühl, ich werde gleich ausrasten. Ich habe echt das Gefühl, ich werde gleich ausrasten und dann fliegen hier Sachen durch die Gegend. Das ist doch eine Scheiße hier. Das ist doch eine Scheiße hier. Okay. Stromgewehr, wenn sie auf uns zukommen. Wenn die sich verstecken, Präzisionsgewehr um diese scharfschützen Wichser von denen hier. Da zum Beispiel. Guck! Der kleine Pisser da. Nein, Deckung. Deckung, Deckung, Deckung. Der hat gefressen. Oh ja, der ist down. Oh ja, der ist down. Ich bin da. Einigkeit. Vorsicht. Fuck. Die verstecken sich aber auch echt wirklich gut. Da links ist einer und da hinten sind nochmal mehr. Warte, ich habe eine Idee. Ich gehe mal auf die Seite. Okay, da steht die. Okay. Jetzt stehst du hier. Okay. Nein, so wollte ich nicht. Ich will Deckung. Der ist down. Gleich müsste die da auftauchen. Gleich müsste die da. Oh shit. Da ist ja noch einer. Ich dachte, der wird down. Komm, komm, komm. Komm, mir die gelfe, garlos. Komm, komm. Trau dich. Ich bin da. Ah, da hinten ist noch einer Geh doch in Deckung Alter, geh in Deckung Wie sieht der bitte aus? Alter, wie viel hält der aus? Deckung geht in Deckung Nach unten ist Deckung Da hinten, du kleiner Pistat Ich mach mir ein Präzisionsgewehr weg Aber das kannst du mir glauben Ja, ich würde sagen Das war knapp Könnte man das nennen Ähm Okay Boah, sorry Ah, okay Ähm Jetzt ist kein guter Zeitpunkt Scheiße Da ist noch welche Noch einer Zeigt er euch auch mal? Da Noch einen Einen gibt's hier noch Hä? Der müsste doch hier sein Da hinten ist er Ich darf nicht sterben Ja, versteck dich hinter mir Du kleine Pussy Alter Alter, war das scheiße knapp Puhu Wo muss ich denn hin? Dahin? Ja, macht Sinn Oh, sag mir nicht Es gibt noch einen Stock weg Mit der gleichen Scheiße Links safe Gucken wir erstmal hier Nicht, dass sich hier So ein kleiner, kleiner Peter Versteckt und uns dann von hinten Die Birne Kaputt schlägt Aber ich dachte eigentlich Biotik würde uns ein bisschen heilen Oder es gibt eine Tastenkombination Die man dafür drücken muss Die ich noch nicht Ken Okay Sieht alles safe aus Fehlerhaftes Objekt Wuuu Upgrades Gehärteter Spinn Die Schriftrierung Fähigkeit zu gering Super Sie haben jetzt Beweise dafür Dass die Asarische Sklavenjägeranführerin Und Nazana Dantius Eine bedeutende Botschafterin Auf der Citadel Schwestern sind Sie sollten zum Präsidium Zurückkehren Und Nazana mit diesen Fakten Konfrontieren Beweise aus Unterladen Aber natürlich Ich habe immer meinen USB-Stick dabei Für solche Fälle Fähigkeiten zu gering Ich glaube ich war echt zu früh hier Das könnte echt sein Dass ich zu früh hier war Das würde Erklären Wieso ich so scheiße war Bei diesem Kampf Aber gut Der frühe Vogel fängt ein Wurm Macht zwar gar keinen Sinn Warum ich das gesagt habe Da hinten gibt es noch eine kleine Kammer Aber so ist es Wahrscheinlich wenn ich hier irgendwann mal zurückkomme Muss ich trotzdem alle wieder töten Egal Egal Hier ist auch nichts Okay Kiste aber Reaper 2 aber nur Oh Universalwerkzeug 2 Striker 2 Banshee 2 Reaper 2 Zweimal Reaper 2 Okay Prozessionsgewehr 2 Re Zweimal Reaper 2 Manuelles Überbrücken Drücken Okay Das sollte ich aber diesmal schaffen Scheiße Ups Jetzt habe ich aus Versehen Die Waffe gewechselt Oh Mann Uh Turianer Ah doch habe ich Hier ein Gasus Kann er zu sagen Gasus Ich habe eine Däusrüstung für dich Freust du dich Geh mit ihm gleich Gasus Vakarian Hä Ich dachte du bist ein Turianer Kannst du die nicht Hä Waren die nicht die Turianer Hä Kraftstofftank Muss ich das draufballern oder Was bringt mir das Warum habe ich überhaupt die Waffe hier ausgewählt Ach Mann Sonst Dass ich mit dem Mako hier nicht reinfahren kann Ist aber auch ein bisschen schade Wäre aber auch zu einfach Dann Okay Darum hätten wir uns gekümmert Plot Hätte ich echt noch nicht hier sein sollen Oder Seitungskapsel Plot Anomaly War ich da schon bei der Seitungskapsel Der Anomaly war ich aber auch Oh Ich war noch nirgendwo Oder Dahin muss ich Komm ich hier so drüber Oh Wow 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 Ich hab kaum mehr die Deal mehr Fällt mir gerade auf Wahrscheinlich weil ich das überbrücken Jedes Mal nicht hinbekommen Wuhu Alter Wow 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 Dann fahr ich überhaupt richtig Ne nach links muss ich Ich muss weiter Das ist doch noch Ne Hä Da ist was orange Da ist was orange Was ist das Was ist das Drei kleine Steinchen Totium Vorkommen Erkunden Suche nach Mineral Ja sicher Kommt ihr auch bei irgendwas ohne Den Scheiß Okay ich muss aber jetzt nach da Zu den Fragezeichen Oh Mordor Mordor Hallo Ich will doch gar nicht da Alter Dahin will ich doch Oh naja Wo will ich hin Ja Blah Azari Kapsel sichern Matriarchen Matriarchen Oder Matriarchen Ja Matriarchen Schriften gefunden Es lässt sich nicht Bestimmen welche Gelebt hat Aber der Ort ist schon Einige Zeit verlassen Das Behältnis in dem Zelt enthielt Neben anderen Dingen Auch eine der Schriften Der Matriarchen Die Linaga Ich dachte Benetia wäre die Matriarchen gewesen Anscheinend gibt es Mehr so von denen Aber gut Aber gut Okay Da war Ich heißt X dass ich da schon war Was war ich bei der Rettungskapsel Ach Ficken ey Ich glaube ich war bei der Rettungskapsel War ich bei der Rettungskapsel Ähm Ich weiß Sagt echt nicht Ob ich bei der Rettungskapsel Schon war Ach komm Scheiß drauf Zurück zur Normandy Ich hab das Gefühl Ich mach Sachen Die ich erst später Machen sollte Oh Oh Vielen Dank.